servus zum neuen video wir sind heute in saalbach seit drei jahren seit drei jahren wieder mit dabei ist der martin in dem ich immer normalerweise eigentlich am fahren bin schauen jetzt mal was ist x line hakelberg mal schauen wie es sich fahren lässt in mir kommt die besten stücke zu sehen würde ich sagen ab dafür dann schauen wir mal los geht's oder leck mich am arsch doch so first ride today er hat einfach was aufs maul gelegt auf dem hakelberg trail ich weiß ganz früher als ich angefangen habe zum fahren war das hier mit einer eigentlich meiner lieblings trails hier oder das schild steht aber dämlich was sind denn das für kurven? das ist ja geisteskrank das ist doch nicht eine geisteskranke kurve, das presst sich da rein bergstadel trail, wie gesagt noch nie gefahren, er soll sehr schwer sein boah, der ist bis fast aufgeschlossert ja genau boah so Boah, das ist rutschlich, Alter. Fucking hell. Keine Ahnung, was da kommt. Oh my god. No. Oh. 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 Schauen wir mal, was hier auf die X-Line kommt, was uns hier erwartet. okay das ist okay da geht es gleich wieder rein ja voll ja voll ja 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 oh fuck oh was kommt da jetzt? ah leck mich oh nein oh nein oh nein oh nein oh sí Bis zum nächsten Mal.